und damit ein herzliches hallo hier zurück aus dem winter in der wüste wir haben bestes winter wetter blauer himmel alles schick temperaturen sind soweit in ordnung mike ist gut genährt ist gut dabei mit arbeiten auch ich war nicht ganz untätig aber leider bin ich noch nicht wirklich soweit dass ich sagen kann ich bin mit mir zufrieden denn ihr seht es ist noch viel blau pause oben wir haben ja gestern ja unsere werkstatt fertig gemacht und ich würde ganz gerne heute mit euch gemeinsam umziehen allerdings brauchst du was es brauche ich dazu aber hätte ich dazu ganz gerne einen zweiten schmelzofen und ich habe was was mir am herzen liegt was mich so ungemein nervt und zwar auch wenn wir den beton für andere dinge vielleicht wichtiger brauchen aber das sieht ja so aus und darum hätte ich das ganz gerne schon mal in der variante beton das war natürlich ist doch gut das gefällt mir nun gleich gar nicht oh man das gefällt mir gar nicht nun muss ich mal gucken kannst du mit wänder halbwänder also was krummes kann ich nicht dulden wir haben noch ein bisschen beton geht doch mal weg willst du denn haben wie holz scheitert drei bretter das kriegen wir dahin oder so still heute hier keine maschinen die summen das ist nicht schön das ist alles andere als schön ich bin davon ausgegangen dass die treppe ja vollständig aus beton ist aber nee die ist ja jetzt wird's mies nee das kann weg so auf keinen fall dann lieber so stechen fernseher hin oder irgendwo irgendeine holzkiste das kann ich so nicht gelten lassen nee da schreit bei mir innerlich jeder monk was haben wir denn hier noch hier ist ja dann das gleiche wobei hier würde es ja dann fast sinn machen mit den wänden gucken ich kann ich mich so damit finden ja mal schauen vielleicht wird so ein schuh draus und setze ich die treppe vielleicht noch mal ein stück weiter rüber kann man ja mal probieren ne geht es ja so gar nicht oh man ich glaube es nicht was ich hier tue das schöne material die treppe nicht besonders schön naja das ist wenn dann muss die treppe schräg werden ja das ist ja ran und wir probieren es einfach mal mann 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 mit dem gefälle habe ich ja nun gar nicht gerechnet dass das dann so komisch aussehen könnte zweimal ja dann ist es halt ein längerer aufgang was soll es dann ist das halt was individuelles hat nicht jeder ja wo mikey warum tomt hier ran ich sehe schon kommt dass ich tausendmal dran hängen bleibe ich könnte mir auch vorstellen dass das eventuell noch mal wegreise mal schauen dann kann man das hier rein trete ich mit dem wenden lassen dann wird das andere auch beton muss ich das nicht so ja mal los schmeiß mal das ding weg da reicht der beton doch nicht mehr naja aber ich habe die chance noch eine brüstung hinzubauen cool war aha eine brüstung für den asmo eine brüstung nur für mich da muss er jetzt wenigstens innen auch eine hin nochmals weg das schaffen wir irgendwie ist es echt still so leise ist zischt und außer der vogel der abends immer rumzwitschert naja gut ah das wird pf mal schauen bei uns schneit jawoll ja was haben wir denn noch wir haben hier die stahlbahn ist drin glas glas habe ich schon mal durchlaufen lassen zumindest den ersten schwung schon mal allerdings ja das dauert halt wir haben ja nur einen schmelzofen darum jetzt schnell noch den zweiten schmelzofen gebaut den anderen hier hochgezogen wo 50 ziegel und 10 eisen waren naja und hier brauchen wir nägel 10 nägel pro bar ihr wisst gar nicht was das an material wieder kostet mit nur mit einer eisen schmelze sprich woher nehme ich denn jetzt die nägel woher nehme ich denn jetzt haben wir noch irgendwo welche hier nicht ah einmal nägel haben wir noch wie viele haben wir denn 16 ziegel uh also richtig glücklich bin ich damit noch nicht bauen wie viel haben wir denn eins zwei drei sechs sieben komm da kannst du den Stahl gleich durchschmelzen so das mit burscht dann ist das wenigstens weg das läuft beton läuft auch ja das ist auch so ne einmal da einmal da einmal da lehm wird auch immer weniger da da hatten wir so viel ich glaube ich muss mal eine große farm vor machen oder den lehm extraktor bauen noch aber da kostet ja auch doch ja puh komm lasst uns mal ja das was wir haben verschwenden wir brauchen nägel zehn pro kiste wenn ich jetzt sage ich nehme die da habe ich 20 da können wir zwei lehm kisten fertig machen quatsch nägel haben da können wir zwei ziegel kisten fertig machen dann brauchen wir die kiste leben ich muss leben fahren gehen nützt nix toll so war das auch nicht gedacht guck ich seh in die pandee und das ding da unten dran da mister sind die jetzt alle so doof aus nein gott das schöne material oh man das ist heute echt nicht mein tag naja was soll's abgerissen ist es dann schnell vielleicht ziehe ich das einfach weiter vor und baue hier eine treppe bis ganz runter irgendwann muss ich ja mal unten landen mal schauen so gut wir wollten ziegelkisten mehr können wir uns nicht leisten achso ich habe hier noch eine treppe mir mal gemacht damit ich hier eventuell komm mal hier hoch nein bist ja nichts funktioniert so richtig wenn ich es nicht so wie ich mir es vorstelle und dabei träume ich schon von der Eisentür wisst ihr da ja zehnmal glas ne wir wollten ja erstmal hier unten würde ja weh da hier haben wir die schrauben aber die schrauben haben wir ja so glas ist drin schrauben naja es dauert halt die tiere sind weg das ist es genau die tiere sind weg irgendwas fehlte doch mir fehlt sozusagen das und so haben wir die schrauben mal gucken so jetzt haben wir hier ich hoffe das reicht noch so wir haben so für 5 6 es geht dahin so jetzt Ruhe würdest du mich ärgern zehnmal für oben ich brauche dann bloß noch die Ziegel dafür brauchen wir Lehm und Sand ich nehme schon mal so eine Kiste mit das können wir dann hier oben machen Lehm sammeln ja ist so wenn man so tausend Dinge vorher will guck mal hier her guck mal hier her so das ist drin also das brauchen wir noch 34 Ziegel sprich wir brauchen Lehm so die wollten wir rein zack zack und zack so Schrauben sind drin aber sogar noch ein paar übrig haben wir ein bisschen Glas übrig und ein bisschen Beton da ran da ran war noch klar ist übrig so kriegt man das Zeug auch los ja ja Lehm fahren und zwar eine ganze Menge aber okay halt bleib mal hier frech lebt ich hab Hunger witzigerweise könnte ich mir hier Schnee hinzufügen zack setzen sie Hände waschen oh hier ist ja auch noch ein Tier das ist bestimmt gut kalt durch nehme ich mal an Steckchen sind auf halt alle ey das wird echt Zeit wenn wir hier ein bisschen Ordnung dran haben und alles von unten nach oben gerückt das da rein da gleich kann durch das lieg schon fast im Dreck so passt mal auf dann packen wir die Schrauben hier rein Beton und Lehm naja so was mit dem Lehm also mit dem Beton ärgert mich jetzt so ein bisschen das ist naja aber manchmal muss es auch bestraft werden wenn man zu viel will manchmal gehört es einfach nur bestraft da was ist drin hier haben wir noch viermal Stahl können wir für oben dann verwenden aber ist nicht so wichtig weil haben wir sowieso noch nicht so Blei in Alu hier war die ganze Kohle drin ja das Ding kann noch stehen bleiben Essen ist dann draußen gleich durch lasst uns mal schnell noch eine leere Kiste bauen nehm ich mir nämlich jetzt eine Kiste mit warum hab ich jetzt 10 mitgenommen ich weiß doch das ist nur 18 da naja so 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 und ihr habt jetzt Pech ihr müsst jetzt sozusagen mitkommen Lehm suchen da müsst ihr jetzt durch hier hättet ihr das selbst dran Schuld hättet ihr nicht einschalten müssen wie das ist gemein oder denn der war ja hier oben ne so ist im Schnee Lehmfarm auch mal so eine so eine Sache die sieht man immer so schlecht und jetzt habe ich die blöden Bratter auch noch hier einstecken naja vielleicht können wir ja gleich bei der Gelegenheit so eine Handvoll Ölschiefer mitnehmen weil bis jetzt war hier so viel Lehm und jetzt wo ich ihn brauche Bären dürften ja nicht oft tauchen, die halten ja Winterschlaf die sind ja sozusagen aktuell nicht unsere Feinde da komm her ja also wichtigstes Ziel oder oberstes Ziel aktuell ist es eigentlich erstmal jetzt wir brauchen 50 Ziegel gut also müssten ja 50 Lehm erstmal reichen so hier hast du ein Glück, dass ich gerade keine Lust habe die Waffe um sie um zu stellen so da rein zack da ist nochmal naja und schlafen müssen wir eigentlich auch schon wieder und eigentlicherweise habe ich gar keine Lust auf schlafen bin gerade so schön hier dabei gib das Ding her gib mein Lehm her Frosch du bist lebensmüde sagte ich dir das schon da oben ist nochmal Lehm jetzt siehts aus der Ferne so aus jawohl ja du kannst gleich schlafen wir müssen nur die Ziegel mal schnell ansetzen damit die trocknen können das dauert ja auch nochmal eine Weile so also Lehm hätten wir erstmal da vor allem wenn wir immer hier sind ja dann sollte ich echt überlegen für die ganzen Ziegel den Lehmextraktor zu bauen weil sonst gut das haben wir dann schmeißen wir das mal schnell durch damit wir die nassen Ziegel kriegen und die feuchten Ziegel ja ich schlief nicht so so 1 2 3 4 5 7 8 9 10 oh äh so so kommen wir herstellen auch schön dürfen kreischen auch schön dürfen kreischen her Dann haben wir hier 20, ist eigentlich auch völliger Nonsens. Nehm ich nicht das Ding einfach mit hoch. Hier unten brauen wir es doch sowieso nicht. Halt aus Brauner, du kannst gleich schlafen. So, gehen wir erstmal hier her, nicht als Dauerlösung, aber zumindest erstmal, dass es da steht und der Weg nicht so weit ist. Wir können da sowieso nicht so viele befüllen, wir haben ja noch gar nicht so viele, brauchen auch noch mindestens einmal Nägel herstellen. Aber gut, wir haben ja schon welche drin. Stimmt ja, wir haben ja nun schon welche drin. Gut, da kann es in Ruhe trocknen. Eisenbahnen sind drin, da kommen noch die Ziegel. Na dann, loskommt, schlafen. Ich hüpfe sie gerne hier runter. Zack. Irgendwann tue ich mir mal richtig doll weh. So. Sauberes Wasser. Wollen wir auch mal aufstehen, gleich was trinken. So. Tür zu. Hier nochmal umgefüllt. Wartet mal. Dann hätten wir ja den nächsten. Dann hätten wir ja potenziell die nächsten. Gut. Hier raus und schlafen. So, wir sind wieder wach. Völlig ausgedurrt. Aber das ist nicht, war da tragisch. Was essen. Was trinken. Komm, wir haben ja bestimmt noch ein bisschen was hier. Ja. Ab, hopp, rennen, Kopf. Gemüse kümmern wir uns gleich drum. So. So. Hier. Das läuft noch ein bisschen. Wir haben so viel Kohle. Da kann man ruhig auch mal ein bisschen rummuscheln. Oh. Die Tür auf. Kohlekiste kann schon mal mit hoch. Da freue ich mich, wenn alles oben ist. Äh. Seht ihr? Es geht schon los. Wir können ja mal mitzählen, wie oft ich da dran hängen bleibe. Ja. Da müssen wir einen neuen Ziller erfinden. So. Kohle ist auch hier. Was sagen die Ziegel? Ja. Da wäre es schön zu wissen, wann die fertig sind. Aber hier sieht man es halt nicht. Hier sieht man es halt nicht. So. Das haben wir. Das haben wir. Naja. Ich renne jetzt ein paar mal hoch und runter. Und dann habe ich einen Drehwurm. Haha. Die Kisten machen mich auch hier ganz körre. Ich muss hier herstellen in der Weile. Deswegen sind sie aus dem Weg. Jedes Mal bleibe ich dran hängen. Aber so ist das wie mit einem. Naja. Hab dich nicht so. So ist das mit so einem Provisorium. Das hast du immerhin gestellt. Das war mal für irgendwas gut. Und dann ist es irgendwann nicht mehr zu gebrauchen. Dann hat man sich aber so dran gewöhnt. So. Die Kiste ist hier unten oben wichtig. Guck mal. Da kann man doch hier noch eine runde Beton einsetzen. Das muss ich ja alles umsetzen. Strom in den ganzen anderen Quattel. So. Prima. 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 So. 120 Nägel. Kann ich sozusagen oben die anderen Kisten fertig machen. Leben ist nichts weiter drin. Dann könnte ich hier noch 1,2 machen. Und noch einmal Sand. haben wir erledigt. Was fehlt denn jetzt noch? Die Ziegel oben sind trocken. Die Kisten fertig. Ziegel rein. Ja. Da kann man eigentlich auch die Kiste mitnehmen. z. D. Die zum Beispiel. Und. Die. Da. Warte. 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 Ich bin nicht froh, wenn alles oben ist. allerdings noch eine ganze menge zeit und dann müssen wir wegen jeden mist runter erstmal hier rein und da kann man doch das vielleicht kleines regal räumen wie viel stahl bauen wir haben das darf ich kein erzählen wir haben so viel stahl auf zack nächste kiste voll machen auch eine ziegel so schnell kann das gehen ist dann nämlich fertig den bestücken haben wir stück kohle und zapp zapp perfekt dann kann das nicht schon mal der weile hier rein ich krieg's aus der tasche und wir essen mal noch was trinken hinterher was war bei dir drin war die kohle drinnen da kommt die stelle war erstmal hier rüber ist doch fast wie ein bisschen toll er hat wieder hängen geblieben warum denn auch nicht warum will man denn nicht immer die kurven ganz eng nehmen oder haben wir schaut jetzt hier aus das kann so bleiben das ist jetzt auch nicht so schlimm kommen wir nehmen den ofen mit hoch stimmt ja das geht ja nicht es geht ja nur so manche dinge kannst du halt nur auf foundations bauen dann 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 ja 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 ich bin ich immer ein da brennt sogar noch ja ja die kisten kann ich mir denn hier oben sortieren habe ich noch keine Eisenbahn haben kann ich mir die regale bauen wieder schön ja hier habe ich mir echt ein ei gelegt damit hier habe ich mir ein ei damit gelegt aber massivst naja fröchli noch machst du dich Gärenzchen Aber jetzt nicht mehr, haha. Na, Wagen. Es ist in Ordnung. So, wieder was hier drauf. Hier drauf gestellt. Ich frage jetzt, kommt die damit hoch, oder? Oder eher nicht. So, was braun denn oben noch? Gut, eigentlicherweise brauchen wir alles oben, von daher ist es ja fast egal. So. Seht doch, die Lampe kommt nicht mit. Bambus. Naja. Dann zieht die halt später um. Mal schauen, ob Mike uns dann da brauche ich ja ganz viele Steinkörper noch hier oben. Da hin. Ich weiß natürlich jetzt nicht mal, was in welcher Kiste drin ist. Aber das findet sich dann. Gleich beschriftigt die ja dann mal ordentlich, wie sonst gewohnt. Achso, da kann ich gleich noch hier. Müsste doch mal über 57. Mal sehen. So. Voll machen. Ja, ist auch noch Kohle drin gewesen. auch voll machen. So, seht er. Geht's wieder los. Hab ich wieder die Kohlekiste am Wickel. Da hin und da hin. So. Siegel trocknen in Ruhe. Ölfen brennen durch. Ich bin doch so bescheuert. Er war gemacht, ja. Psst. Jetzt wollte ich den Amboss wieder unten nach unten nehmen. So, dann muss ich mal gucken. Den Fuchs. Ey. Ich meine dich jetzt aber nicht. Ich meine unseren Fuchs hier drin. Hm. Voll. Wo ist den Fuchs? Fuchs schlachten? Wo ist den Schlachten, damit ich ihn mit hochnehmen kann? Ja. So. Willkommen. Wir haben doch unseren... Du bleibst schön draußen. Er fängt nur an, hier wieder Spiranzchen zu machen. So, das ist hier. Fleisch schnell durchbraten. Geh weg, Fuchs. Hab keine Zeit für dich. So, ein Stück Leber, ein Stück Fleisch hier, ein Stück Fleisch dort. Achso, naja. Ich muss auch mal Holz reinpacken. So rum. Die Tiere wissen gar nicht, wie gefährlich die hier leben. So rum. Ambo. Ruhe. Komm hier rein. Was da hin? und du kommst du tisch schon mal mit ich habe mir allerdings noch keine gedanken gemacht wie es oben irgendwie einräumen wuchs ach es erstmal so hin dass es ja aus dem weg ist runter es ist mein chaos umzug 3 4 5 6 7 8 9 10 ich gerade so du müsstest mal vorbeikommen hier fehlt potenziell jemand der ja mal ein bisschen was tut naja haben wir doch den nächsten schon mal fertig noch eine kiste unten stehen die laterne steht ja auch noch unten durch mit dem umladen wird dann schwierig wenn ich dann ich kann mit dem ding ja nicht hochfahren zumindest nicht hier vorne hoch komm mit du darfst hier drauf noch eine kiste ja irgendwas drin egal ist eine alu drin und hier ist ich habe mich so dran gewöhnt dass ich auch ständig irgendwelche tiere rumplögen und rumgrähen und jetzt hörst du maximal den blöden fuchs hier irgendwo aus der ferne rum jaulen ja und du frosch du bist auch da ich habe mich vergessen da gucken welche kiste war das mit den tieren hier ist erledigt erledigt alu müsst ihr dann rein täglich hier rein und da haben wir die kohle da haben wir das die rest packen wir beide hier rein wir brauchen ganz dringend ich muss doch abgehauen oder mike ich kann es nicht mehr zu essen aber du musst doch nur hier und so ich verstehe denn manchmal nicht du musst dir doch nur hier guck mal da ernten ernten guck mal da dass der es nicht schafft sich selbst zu versorgen aber beim futtern bist du dann schnell oder wie ne mein freund oder schon das ist ein blödes tier oh gott oh mike du hättest mir was abnehmen können ein umzug mit problemen da drauf wo ist es die samenkiste die lehmkiste oder die leere kiste die packen wir hier zwischen so kann der wagen rein trete ich erst mal aus dem weg und der rest muss dann halt so getragen werden aber sag mal so das schlimmste ist ja geschafft wo sich mir noch die frage stellt ist wo packe ich die extraktoren hin ich könnte mir vorstellen dass die hier irgendwo platz finden oder hinten oben ja noch können sie hier stehen bleiben wir fressen sie erst mal nicht ja toll hat sich ja so gelohnt ist ja schon fast widerlich so hat sich das gelohnt so nun wer das macht weiß ich nicht aber wir können durch das eis durch Hände waschen muss man erst mal nachmachen oder so eins haben wir alles gut Hände sind gewaschen sehr lange hält die eine Stunde ja hält ein paar Minuten trinken gut du Laterne du machst mich auch körre jetzt renne ich nur wegen der blöden Laterne da hoch ist nicht wahr ja ihr seht es läuft etwas schleppend aber es läuft wenn wir ja her gut du darfst schon mal hier rein du darfst schon mal Licht machen hier da prima oh Gott sehr gespannt wie ich dort ordentliches Licht reinkriege dass es auch irgendwie schick aussieht so haben wir hier noch irgendwas Stöckchenständer das kann dann später hoch ganz schon mal hier her erledigt das ist schon mal weg so cool wenn die Stöcke mitten unter der Erde sind so das brauchen wir nicht mehr das kann weg und die Säge das wären Bretter du kommst dann später du tust hier unten niemandem was so noch eine Steinkiste ja ich würde sagen den Rest vom Umzug mache ich dann mal noch das kann ich ja auf Screen machen er seht was es werden soll schön wie elegant er da drüber gehüpft ist oder? ja ja wie elegant Mike da drüber gejumpft ist cool dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder zu einer weiteren frischen Folge mal schauen was ich bis dahin erledigt habe mal gucken wie wir das einrichten danke fürs Zuschauen für euer Interesse schaltet morgen wieder rein ihr seht es bleibt interessant noch ist nichts in Stein gemeißelt was hier mal wie aussehen soll alles nur erstmal so ein Vorschlag wir werden sehen also dann bis morgen Tschüssikowski und Bye Bye